Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liade, ich grüße dich. Deine Frage ist, ob er von seiner Freundin trennt. Und das klären wir bei diesem Orakel. Diese Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft. Diese Klee symbolisiert Glück. Und das bedeutet, du wirst Glück haben. Aber in dieser Legung schaue ich die beiden an. Und momentan scheint die Freundin noch glücklich zu sein. Aber wie geht das weiter? Das klären wir. Diese Karte zeigt seine jetzige momentane Situation. Dieser Rad symbolisiert den Rad der Schicksal. Und es wird in eine andere Richtung drehen. Es werden bei ihm schicksalhafte Veränderungen da sein, schicksalhafte Entscheidungen. Der Klee bedeutet auch als Zeitkarte, dass es sich nähert. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier diese Herrscherin. Jemand beherrscht ihn. Also ich würde das intuitiv mal so beschreiben, dass die Freundin sehr dominant ist und versucht über ihn, über seine Entscheidungen herrschen. Ihn beherrschen. Und das ist ihm bewusst. Was liegt bei ihm im Unbewussten? Was noch im Geheimen ist? Das sind hier die Entscheidungen. Er wird die Vergangenheit abschließen. Und das zeigt, er wird sich trennen. Er wird sich trennen. Und das ist für ihn wie eine Art Befreiung. Jetzt schauen wir ihre Karte an. Sie ist im Gegenwart sehr glücklich. Das zeigt auch hier diese Klee. Oder hat sie Pläne? Pläne, eine Familie zum Gründen. Und meint, das würde ihr Glück bringen. Worüber macht sie Gedanken? Das ist schon Neuorientierung. Warum orientiert sich Neu? Weil kommt diese Bestätigung nicht. Diese Wünsche, was sich hat, wird nicht erfüllt. Weil er dreht in andere Richtungen und trifft schicksalhafte Entscheidungen. Und das entspricht nicht ihrer Wünsche. Und was liegt hier noch im Verborgenen? Das ist die Verlust. Das ist wieder ein klare Zeichen dafür, dass die beiden sich trennen. Das ist hier etwas, was verloren geht. Also diese Beziehung geht verloren. Und diese Entscheidung nähert sich, weil dieser Gedanke hat jetzt schon. Die Trennung als solches verdrängt er noch. Es kann bis Herbst, bis Oktober dauern, aber dann trifft auch diese klare Entscheidung und er trennt sich. Und schauen wir, welche Botschaft kommt noch hier. Und das bedeutet, etwas Unerwartetes. Unerwartete Ereignisse werden beeinflussen, die geschehen. Etwas, womit man nicht rechnet. Aber das geht alles in diese Richtung, dass sie trennen sich und ihr kommt näher. Liebe Liade, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.